Ein Hauch von Westeros weht durch Offenbach, dank diesen beiden. Hallo, mein Name ist Frank Müller, ich bin 48 Jahre alt und ich bin ein ganz großer Game of Thrones-Fan. Und ich bin Marion, ich bin Franks Frau und ich liebe auch Game of Thrones. Frank und Marion bringen die Welt der erfolgreichen Fantasy-Saga Game of Thrones nach Hessen. Die beiden sind große Fans der Serie. Das Gesamtpaket Game of Thrones, ich finde die Kostüme, die Ausstattung, die Schauspieler, das Drehbuch, die Handlung. Es ist für mich eine der besten Fantasy-Serien, die es gab, im Moment gibt und denke ich auch für lange Zeit geben wird. Seit mehreren Jahren nähen sich die beiden die Kostüme der Serie originalgetreu nach. Das hat nicht nur die Aufmerksamkeit vieler weiterer Fans auf sich gezogen, sondern auch die der Serienmacher. In ihrer Freizeit bringen Frank und Marion deshalb die Welt von Westeros anderen näher. Von Offenbach aus. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bis zum nächsten Mal. Ben Wingło. Bepleblich. Untertitelung des ZDF, 2020